ja das geht um zu einem neuen video hier auf meinem kanal clever bot staffel 2 folge 6 nach langer zeit fünf tage kommt folge 6 ja ich bin sehr gehalten wie dieses gespräch heute mit dem clever ablaufen wird weil ich habe ja eigentlich überhaupt kein bock aber da ich sehe dass ihr das feiert war ich natürlich weiter so fangen erst mal an wir schreiben erst morgen weil es ist gerade 29 da wenn es danach geht nein wie geht es mir so weit so soweit ganz gut erdiger und ihr ohne d flüssigen raus an dieser stelle auch das freut mich natürlich das freut mich nicht auch was machst du heute noch so nichts nichts perfekt perfekt was machst du stütze bin ich ehrlich oder schnitzel ja schnitzel ich gerade nicht lecker cornflakes sollte sein seid mal bitte ehrlich und schreibt das mal in die kommentare machte erst das mühsli oder worte etwa oder complex rein oder macht ihr erst die milch rein und dann die cornflakes bist du wort einfach was sie gerade ist oder essen wollt ich habe das mal in die kommentare ich würde das mal echt interessieren mir doch egal ja das freut mich ich wollte darüber welche habe ich weiß was ich nehmen soll ein stativ ja krass sogar falsch geschritten der grüße aus also keine ahnung ja perfekt richtig koloman pullover weiß ich nicht glaube errate weiter gelb was ist klappt oder ok aber anscheinend ist es richtig ich wollte gelb schreiben wahrscheinlich war geld richtig haben wir noch darauf hey jetzt schreibt einfach kein bock meine schraube ich frage aber ich habe doch gar nichts gemacht nein aber ich will meine rote ja dann haja meine freundin ist gestern oder was das jetzt hier auf einmal ich würde sagen wir entfernen uns davon ich muss weg jetzt schreibe ich einfach mal warum direkt um sowas wieder was das ja ich kann schreibe ich kann schreiten ja die leute wirklich wenn ich jemand versitzte das aufnehmen ich denke mir einfach mal oder so oder bitte bitte na ein immer 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 dankeschön ich habe auch noch mit dem zu schreiben ich würde sagen wir sehen uns nach einer kurzen pause video ist gleich musste ganz kurz was machen ich bin wieder da so zu stehen genau ja das kann man schreiben ich weiß es nicht sonst noch mal welche farbe hat hat man klar geht hat er sich das wissen hat er kann man auch fast perfekt dann kommst du zu mir warum sollte ich ja ich okay alles klar er hat das auto schon für mich gemacht ich würde sagen wenn ich die sechste folge hiervon gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wird was oder so kommt lasst ihr gerne ein like und ein abo oder aktiviert natürlich die glocke um nichts weiteres zu verpassen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder haut rein bis dann tschüss ja 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 ja